90 Prozent meiner Signale, meiner Aktivitäten, meines Denkens, meines Handelns, meiner Stimmung, meines Schlafes, allgemein meines Befindens, 90 Prozent bestimmt mein Darm. Und nur 10 Prozent können wir bewusst organisieren, wie es uns geht. Wir können uns wirklich oft sagen, mir geht's gut, ich kann mich anlächeln, dann geht's mir gleich besser. Das funktioniert tatsächlich, aber grundsätzlich kommt es aus dem Darm.